Also auch Sch***, wie auf dich aufpasst, ey. Minervale ist das so, dass wir beim Basteln so viel... ...joh, und auch viel... ...indrückt auf die Flächenstücke... ...irgendwie ist Larry wie die Pistole, die er für die Mafia besorgen soll. Ganz, ganz herzlich willkommen zum RTL-Shop. Heute mit dem Thema Sicherheit im täglichen Leben. Wunderbar, wir stellen Ihnen gleich das nächste Stück vor. Einfach so frei raus, ja? Das nächste Stück in dieser Riege ist die Desert Eagle. Produkt 34, gut für bewegliche Ziele. Zum Sonderpreis bekommen Sie gleich die Genehmigungspapiere mit dazu. Gucken Sie, wie robust eine ewige Liebe. Medizin für Ihre sterbende Sicherheit gegen den Virus. Zwischen dir und ihr wird's mehr als ne Ferienbeziehung geben. Du musst das Eheleben wichtig nehmen und sie pflegen. Mit dieser Federbrüste aus gedrehtem Brat, Edelsilber lackiert, mit einem Lederriemen am hinteren Griff. So kann man sie begeweb an einem Haken aufhängen. Diese Wurkungen ohne Ersatz. Ich weiß, ihr seid Leiterfahren. Führt ein einsames Dasein. Es gab nie viel Interesse von Seiten der anderen. Doch wenn ihr dieses Prachtstück abkriegt, könnt ihr euer Leben freier gestalten. Und bald seid ihr nicht mehr der Gleiche. Keine Angst mehr vor Karstouristen wie Carlo Giuliani. Haben sie schüstern, wird die Magnum geladen. Tarnung bedarf es keine. Der Staat sieht jene ja als Feinde. Sie sehen, ihnen steht jedermann zu sein. Und wirklich nichts geht über türkische Trickbetrüger als Übungsziele. Fürs Alibi müssen sie sich nicht mal Mühe geben. Sie wissen ja, die gelten als hinterhältige, kriminelle, schlimme Finger. Bei so'n schwarzen Schafen gibt's meist kein Strafverfahren, höchstens für die selbst. Aber Achtung, viele dieser Tarkans bekommen Marshal-Arts und sowas gerade in die Wiege gelegt. Also rate ich ihnen erstmal in die Knie zu schießen. Und noch was. Niemals in Krisengebiete. Verschiedene Kieze sind tabu. Denn da gibt's da nämlich nur Ärger. Und das wollen ja beide Seiten nicht. Nicht wahr? Okay. Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Da stellen wir ihnen was ganz Nettes vor. Die Betty, die Pumpgun für Frauenkind. Und bis dahin sage ich ihnen einfach nur, denken Sie immer daran. Bis dahin sage ich ihnen einfach nur, denken Sie immer daran.